Der Auftrag, die Entfernung einer 4 Meter Balkonplatte bündig mit der Hauswand. Dieser Balkon sollte entfernt werden. Die Kernbohrungen werden gesetzt, um die Balkonplatte anzuschlagen, damit sie mit dem Autokran abgehoben werden kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei den Sägearbeiten an einem Balkon kann das Kühlwasser der Säge einfach nach unten abfließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Hat der Balkon ein Dachüberstand? Auch dann ist es möglich. Zuerst werden Gerüstböcke zum Abstützen des Balkons darunter gestellt. Danach wird er bündig von der Hauswand abgetrennt. Anschließend wird er von der Hauswand weggedrückt, bis er per Autokran am Dach vorbeigehoben werden kann. Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot an. Für eine Angebotsanforderung benötigen wir nicht viel von Ihnen. Informationen über die Länge, Tiefe und die Stärke des Balkons sowie Bilder davon reichen vollkommen aus. Die Stärke des Balkons Die Stärke des Balkons Die Stärke des Balkons Die Stärke des Balkons